Es ist eigentlich alles jetzt. Jetzt mal auf rechts, Rashford in der Mitte im Stadion. Jetzt mal Son mit dem Laufweg. Und De Gea ist zur Stelle. Das ist das. Man kann nichts machen. Es ist schon vorbei. Er will lieber die Energie in die Zukunft dort verwenden. Laufweg von Pogba. Auch schön gesehen von Marcus Rashford. Ronaldo. Ja, das war gar nichts. Auch da eigenmächtig gehabt. United nimmt diese Zweikämpfe jetzt auch mehr an. Komplett verschätzt. Sancho, Ronaldo. Vor der Handspiel. Jonathan Moss hatte gute Sicht. Vor der Handspieler. Ronaldo versorgt es. Macht es! Und wie! Zio! Da ist er wieder. Cristiano Ronaldo. Fliegt ihn um die Welt, wenn er so zurückkommt. Unfassbar! Cristiano Ronaldo. Er hat es einfach immer wieder. Und gerade in den wichtigen Spielen. Auf dem Feld. Was wurde der nicht kritisiert? Auf dem Feld. Abseits des Feldes. Seine Körperhaltung und so weiter und so fort.